jo leute was geht und willkommen hier zu meinem neunten dailyvlog und ja leute wie man das sehen kann oder im titel werde ich heute auf dem video reacten und zwar vom lieben fix und zwar das fan treffen wo ich auch dabei war und auch im video gemacht habe also leute ich würde sagen ich hoffe dass hier auch dabei im hintergrund läuft und ich werde halt alles anblenden kann dass die cam einmal irgendwie aus wird ich werde noch schneiden leute also ja so leute ich würde sagen ich klicke drauf okay war mal großbestimmt also ich muss dazu sagen und zwar ich fand es mehr geil dass fix nach münden gekommen ist und dass ich auch dahin durfte halt und ich würde sagen wir spielen das ganze video ab und dann will ich am schluss videos halt ein endresultat sagen und ja ja leute mal schaunt und damit herzlich willkommen zu einem weiteren vlog hier auf meinem channel ja leute ich bin gerade auf dem weg zum marienplatz das nämlich mein heutiges fan treffen denn race hat mich eingeladen ob ich mal ihr handy testen soll und ja ich laufe da gerade hin und reich hat ein angeboten kleines fan treffen draus zu machen deswegen habe ich euch bescheid gesagt dass ihr heute kommen könnt ja ich bin gespannt ob ein paar zuschauer kommen ich habe alles dabei und ich werde alles ein bisschen vlogen für euch so ich bin jetzt hier im o2 store und habe hier gleich mein kleines fan treffen wir zocken ein bisschen mit dem racer phone ihr könnt auch damit spielen und oben die sitzen alle schon oben wartet schon auf mich und dann werde ich jetzt gleich mal hoch gehen und dann zocken wir ein bisschen wir waren alle vor mir hier schon und hier sind sie fleißig schon am zocken guten tag und wie geht es euch so dann warten wir schon eine runde wir sind jetzt hier am zocken mit ein paar zuschauer noch bei mir hat eine wunderschöne nütze an muss ich sagen ja wir zocken jetzt noch ein bisschen und kaufst mein nütze an und kaufst mein nütze an ja 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 das video ist es vorbei also ich fand es eigentlich ganz geil so bisschen kurz aber solche videos sind halt ganz kurz was soll man denn da filmen und wird halt mehr mit der community machen leute also ich hab mal ein bisschen gesehen oder sogar im fanden bin ich dabei naja leute schauen wir rein wie ihr das findet und jetzt werde ich einen gewinner auslosen vom ähm von der 10er psf card vom gewinnspiel halt und dann würde ich sagen geh mal zum ähm ja random äh comment picker so leute ich würde sagen wir klicken jetzt auf random pick win und mal schauen wie du gewinnst jannik hat gewonnen hashtag pc jannik hashtag 9726 auf jeden fall werde ich es ansteben und dir die psc zuschicken auf jeden fall ähm jannik ist auch ein richtig guter freundinnesfreund auf jeden fall und da hat er sich das verdient er gibt wahrscheinlich alles von V-Bugs aus so wie ich ihn kenne und wir zocken heute eh und dann sage ich dass er da gewonnen hat ne und noch eine wichtige info und zwar leute join mein ts bei und zwar ist die ip notemc.de da bin ich halt immer aktiv am start leute also kommt da rein können wir talken können wir zocken fortnite was auch immer leute minecraft also kommt da mal drauf und ja mal schauen wie viele neue spiele halt kommen ne und ansonsten startet heute mein Weihnachtsprojekt und zwar ist halt so ein Weihnachtsprojekt leute wo man halt mit der community mit der community baut und einfach in der schneemap ist und leute schaut nochmal vorbei ich streame auf twitch ähm also schaut nochmal vorbei Twitch channel äh ist oben unten in der beschreibung verlinkt und ich würde sagen leute haut rein bis zum nächsten video auf jeden Fall kanal und liked haut rein und ciao da we Bei Boa, Brudal.